Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit auch einen wunderschönen Start in die neue Handelswoche. Momentan traden wir ungefähr 17.000 US-Dollar, also erst einmal ein positiver Start in diese Woche, nachdem die letzte Woche wirklich absolut beschissen war. Ich sag's jetzt einfach mal so raus. Aber gut, wir schauen uns einfach mal, was uns diese Woche erwartet, beziehungsweise jetzt auch noch für den restlichen heutigen Tag. Bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und gerne unten einen Kommentar daran lassen, wenn ihr noch irgendwelche Altcoin-Wünsche habt. Ich hab für die Woche sowieso noch was Altcoin-Mäßiges geplant, aber eher Richtung Wochenende. Und wer es noch nicht gemacht hat, gerne, was sind Vektor-Kerzen? Habe ich gestern extra noch ein Video für euch hochgeladen, weil das echt oft gefragt wurde. Wie funktioniert das? Wie wende ich das überhaupt an? Also schaut euch das gerne nochmal an. Und damit genug Eigenwerbung gemacht, jetzt aber wirklich durchstarten. 17.000 US-Dollar momentan. Positive Vorzeichen, beziehungsweise positive Tweets heute Morgen durch einerseits den Binance-CEO, der einen Fund einrichten möchte. Indem man, ich sag jetzt mal, seriöse Krypto-Projekte fördert, beziehungsweise vor der Pleite rettet, beziehungsweise die alle so ein bisschen ins Straucheln geraten sind durch den ganzen FTX-Müll. Außerdem gibt es ja noch Krypto.com, wo momentan ein bisschen am Straucheln ist, beziehungsweise wo sehr, sehr viel FAT draußen ist. Trotzdem zur Sicherheit zieht alles da erstmal auch erstmal ab. Muss man gar nicht so sagen, das gleiche Spiel hatten wir bei FTX, deswegen lieber mal auf Nummer sicher gehen. Zieht erstmal alles ab, bis sich das alles ein bisschen beruhigt hat, beziehungsweise sich wirklich rausstellt, okay, es ist wirklich nur FAT. Aber ansonsten, weiterhin gilt natürlich Vorsicht im Markt. Außerdem hat der liebe Elon wieder was getwittert, wo er gesagt hat, ja, Bitcoin wird es überstehen, aber es wird ein langer, langer Winter. Und das hat den Kurs dann heute Morgen einigermaßen beflügelt, nachdem wir ganz, ganz früh noch bei 15.800 US-Dollar waren, also schon wieder fast die Lows hier angetestet haben. Sieht jetzt die kurzfristige Ausschau zumindest nach einer leichten Erholung an, auf dem 4-Stunden-Chart zumindest. Wir machen mal ein bisschen unseren Indikator an, unseren Traders-Reality. Und da sehen wir schon wieder, okay, wir haben hier schon wieder so eine kleine Vector-Candle. Die sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten, 1-Stunden-Chart, im Endeffekt das Gleiche. Und wir haben ja schon am Wochenende darüber gesprochen, dass wir auch hier diese Vector-Candle noch hatten, bis ungefähr 16.200 US-Dollar. Die wurde jetzt auch gefüllt, aber jetzt haben wir eben eine neue. Und da muss man halt jetzt ein bisschen aufpassen. Normalerweise kommen die immerhin so drei Wellen bewegen, das heißt, wir kriegen so drei Peaks ungefähr circa. Dann sollte eine blaue Candle kommen, um, sag ich mal, wieder diesen Turnaround reinzukriegen. Also so richtig dran glauben, dass es jetzt hier schon das Ende war, glaube ich noch nicht wirklich. Aber gut, werden wir jetzt mal auf jeden Fall im Auge behalten. Natürlich überschneidet sich das dann auch noch mit so einer 1-Stunden-Demand-Zone hier unten in diesem Bereich. Also die 15.900, 15.800 US-Dollar würde ich momentan zumindest noch nicht abschreiten. Von den EMA-Ribbons kurzfristig erstmal auf den 1-Stunden-All-Support bestätigt. Das ist wenigstens schon mal ein einigermaßen gutes Zeichen. Und die Pivots haben wir auf jeden Fall noch ordentlich Luft nach oben bis ungefähr 18.600 US-Dollar. Dann aber Blick in den 4-Stunden-Chart. Da haben wir die 4-Stunden-EMA-Ribbons noch vor uns. Wir könnten jetzt sagen, okay, wir haben hier ein kleines, so einen kleinen doppelten Boden gebildet. Das ist erst einmal ein gutes Zeichen. Trotzdem würde ich das alles nicht überbewerten. 4-Stunden-Close über diesen Downtrend wäre zumindest mal ein Anfang, dass wir zumindest diesen WIC hier oben noch holen könnten bei ungefähr 18.100 US-Dollar. Da hatten wir das letzte Mal Probleme. Hat aber auch mit der Supply-Zone hier oben zu tun. Zeichne ich euch auch mal ganz kurz ein. Also dieser Bereich hier hatten wir einige Probleme mit. Wäre ganz gut, wenn wir den Bereich zumindest wieder rausnehmen können. Und was wir natürlich auch noch einzeichnen müssen, ist unser Golden Pocket. So, damit ihr das seht. Also die 18.600, 18.900. Das ist die Zone, auf die es meines Erachtens am meisten ankommt. Jetzt in den nächsten Stunden bzw. Tagen. Erster Step. Zumindest jetzt erst einmal 4 Stunden Close da drüber. Nochmal eine Bestätigung. Dann können wir gucken. 18.1 und dann eben die 18.8. Wäre zumindest das erste Ziel. Sollten wir es nicht über diesen Downtrend drüber schaffen, ist natürlich weiterhin hier unten dieser Bereich die 15.900, 15.800, wo eben unsere Vector Candle liegt. Und die sollte meines Erachtens wie immer sehr, sehr schnell gefüllt werden. Weil sonst haben wir das allergleiche Problem wieder, dass wir hier hochkommen und dann haben wir die Vector Candle, die muss früher oder später gefischt werden. Und dann besteht natürlich auch das Risiko, dass wir weiterhin in einem ordentlichen Downtrend sind. Und das möchte ich mal ganz kurz hier ein bisschen anschaulicher machen. Machen wir noch die EML Ribbons aus. Und zwar, wir haben jetzt hier oben unser korrektives Hoch im Endeffekt gehabt. Und solange wir dieses nicht rausnehmen, mindestens die 20.700, besser wäre natürlich die 21.700, sind wir in einem klaren Downtrend. Und es muss uns auch bewusst sein, dass wir uns vorher gar keine Hoffnungen machen müssen, dass wir hier enorm nach oben entpumpen. Aber wie gesagt, die Zwischenschritte wären jetzt zumindest die 18.100, wo eben dieses Supply liegt, wo dieses letzte hoch liegt. Das müssen wir auf jeden Fall im Blick halten. Und ansonsten, wie gesagt, erster Schritt, Downtrend 4 Stunden Chart. Auf jeden Fall erstmal durchbrechen. Von den Divergenzen sehen wir hier rein gar nichts momentan. Also es gibt nichts Bullisches, nichts Negatives, zumindest bisher nicht. Das Einzige, was man sagen könnte, okay, höheres hoch im RSI, tieferes hoch im Chart, so eine Hidden Bearish Divergence. Würde ich aber jetzt momentan noch nicht so überbewerten. Aber wie gesagt, viel FAT da draußen, viele News da draußen. Guckt euch gerne noch den Wochenausblick an, den wir am Samstag, beziehungsweise am Samstag hochgeladen habe. Dienstag und Donnerstag werden meines Erachtens die wichtigsten Tage diese Woche werden. Montag gerne ein False Move Monday. Deswegen Dienstag, Donnerstag wird meines Erachtens die Richtung auf jeden Fall erstmal vorgeben. Dann, Ethereum sieht meines Erachtens ein bisschen besser aus. Klar, wir haben auch hier unten noch diesen WIG, den würde ich jetzt aber nicht zu überbewerten, weil er eben mit sehr, sehr wenig Volumen gebildet wurde. Also ist es schon mal gut. Wir haben keine Vector Candle hier, aber eben auf diesen kleinen Timeframe hier, auf diesem 1-Stunden-Timeframe haben wir eben eine neue Vector Candle und die beginnt bei ungefähr 1.177. Also wäre es auch hier sinnvoll, diesen Bereich nochmal anzutesten, beziehungsweise mitzunehmen und dann einen neuen Höhenflug zu starten, zumindest in dem Bereich der 1.380 US-Dollar, wo unser Golden Pocket diese Abwärtsbewegung liegt. Das ist der erste Step. Und dann müssen wir gucken, reicht die Kraft dafür aus oder kriegen wir im Endeffekt einen neuen Rücksetzer mit einem tieferen Tief. Altcoins können wir uns jetzt mal langsam wieder ein bisschen angucken, vor allem XRP hatte ich hier ein bisschen im Blick, hat aber auch das Golden Pocket im Endeffekt nicht wirklich viel Gegenwehr gezeigt. Wir haben kein tieferes Tief gebildet, wobei es hier meines Erachtens sogar ein bisschen wünschenswerter wäre, dieses Tief nochmal anzutesten. Aber gut, sehen wir dann. Wichtig auch hier der Bereich um 0,40. Darüber haben wir am Wochenende geredet, dieser Bereich um 0,40 Dollar Cent, wo wir nicht drüber gekommen sind, was unsere ehemalige Range im Endeffekt darstellt, wo wir hier oben dann abgelehnt wurden und jetzt eben wieder so einen kleinen Downtrend gebildet haben. Wichtig auch hier mal zu gucken, wie sieht es hier aus von der Abwärtsstruktur. Dieser dynamische Widerstand zählt weiterhin. Das heißt, wir sind auch hier nochmal rejected worden. Wäre auch hier, genauso wie bei Bitcoin, im Endeffekt wichtig, dass wir hier rüber kommen, einen Retest sehen, zumindest in vier Stunden Close und dann nochmal in diesem Bereich dann 0,39 bis 0,40 Dollar Cent einsteigen. Dann, Cardano, auch kein Lower Low erstes Mal gebildet, schöner doppelter Boden. Hier müssten wir, wenn ich das jetzt so richtig sehe, zumindest den Downtrend erstes Mal durchbrochen haben, auch schon bestätigt. Also hier sehen wir zumindest eine kurzfristige Erholung, auch mal ganz kurzer Blick aufs Golden Pocket. Das passt sehr gut oben hier mit dieser vier Stunden Supply Zone und unserer ehemaligen Support Zone bis ungefähr 0,35, 7,1. Könnte hier zumindest eine Erholung folgen. Damit wäre dann auch die Ineffizienz hier oben noch gefüllt. Das wäre so der erste Step und dann müssen wir, wie gesagt, das alles neu beurteilen. Ich würde jetzt momentan noch nicht zu bullisch hier werden, weil ihr seht auch hier diesen starken Pump, der heute Morgen eben durch die Märkte gegangen ist. Aufgrund, was ich vorhin gesagt habe, aufgrund dieser zwei Twitter-Meldungen durch Elon Musk und CZ, hat es halt ein bisschen positive Stimmung reingebracht, aber trotzdem weiterhin sehr, sehr viel Unsicherheit am Markt. Dann, Chainlink wurde sich sehr, sehr oft gewünscht. Und da lohnt sich mal ein Blick auf den 4-Stunden-Chart, denn da haben wir erst einmal zumindest positive Vorzeichen, weil wir hier wenigstens mal eine 4-Stunden-Bullish-Divergence haben. Heißt, tieferes Tief, aber höheres Hoch im RSI. Auch hier ganz kurzer Blick mit dem FIP-Tool. Schauen wir uns mal, wo das Golden Pocket liegt. Passt auch hier sehr, sehr gut mit dieser Ineffizienz, die wir oben haben und dieser 4-Stunden-Supply-Zone. Also das auf jeden Fall mal im Auge behalten, den Bereich zwischen 6,80 und 6,85. Das ist die erste Zone, wo sich dann möglicherweise auch ein Short-Entry lohnt. Also alle Zonen, die ich jetzt gerade eingezeichnet habe, bei XRP, Ethereum und Cardano und jetzt auch bei Chainlink, ist eine Möglichkeit für uns ein Short-Trade zu setzen, weil die Struktur an sich weiterhin bearish ist. Das Ganze, was jetzt durch die News getrieben ist, bearish. Das Einzige, was es momentan Positives eigentlich zu melden gibt, ist, dass in den USA die Regulierungen jetzt relativ flott kommen sollen. Monatelang schreit man danach, niemanden juckt es. Jetzt Regulierungen finde ich ein positives Zeichen. Die Frage ist nur, kaufen die Leute momentan auch Krypto oder sehen sie das im Endeffekt als Hedge trotzdem? Also das wird sich auf jeden Fall alles zeigen. Aber gut, schauen wir mal, was im Endeffekt die Woche bricht. Äh, bringt, nicht bricht, ich hoffe, wir brechen hier nicht nochmal runter. Aber was die Woche bringt, momentan, zumindest jetzt am heutigen Montag, erst einmal so ganz, ganz leichte Erholungserscheinungen. Aber gut, ob es die Woche anhält, wird sich dann zeigen. Gut, das war es zur Chart-Analyse. Jetzt gucken wir uns doch ganz kurz eben hier die News an. Ansonstenprobleme bei Krypto.com, das 400 Millionen US-Dollar-Gerücht. Ja, da geht es ja auch um ein paar Transaktionen, sag ich mal, die hin und her geschoben wurden mit Gate.io und Huobi oder wie man das auch immer ausspricht. Also passt einfach auch von mir jetzt nochmal die dringliche Warnung. Passt einfach drauf auf, zieht euer Zeug auf den Ledger, auf die Bitbox oder sonstiges. Einfach mal zur Sicherheit, wirklich nur das Allernötigste, was ihr wirklich zum Traden momentan braucht. Lasst es drauf, nur nochmal die Warnung von meiner Seite. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Morgen früh kommt ein Update-Video. Ansonsten ist, glaube ich, die Woche noch nicht viel geplant. Wie gesagt, wenn ihr Altcoin-Münsche habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Das war es von mir. Wir hören uns dann morgen früh wieder. Bis dahin, ciao, ciao und stay Krypto.